Die zu veräußernde gut gepflegte 3,5 Zimmer Etagen Wohnung befindet sich in Mönchengladbach Urdenkirchen Mitte. Das im Jahr 1975 erbaute Haus verfügt über 8 Etagen. Das Objekt befindet sich in der 6. Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf ca. 49.900 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017